Die Gauliga Westfalen 1943-44 war die elfte Spielzeit der Gauliga Westfalen im Fußball. Die Meisterschaft sicherte sich der FC Schalke 04 mit 8 Punkten Vorsprung auf den VfL Altenböcke. Schalke qualifizierte sich für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft, wo sie im Achtelfinale nach einer 1-zu-2-Niederlage gegen die Duisburger Kriegsspielgemeinschaft SPV-TUS 48-99 ausschieden. Arminia und der VfB 03 Bielefeld bildeten von Saisonbeginn an eine Kriegsspielgemeinschaft. Ab Januar 1944 bildeten der VfL und der SV Preußen 07 ebenfalls eine solche Kriegsspielgemeinschaft. In der Saison 1944-45 wurde die Gauliga in drei Gruppen aufgeteilt. Abschlussstabelle Aufstiegsrunde Gruppe I Gruppe 2 Die fehlenden Spiele wurden nicht mehr ausgetragen. Borussia Reine verzichtete auf den Aufstieg.